Hier warten jede Menge Bäume. Der kleinste Fehler wäre tödlich. Oh! Fuck, wir haben einen Checkpoint nicht. Das ist so schwer, ne? Diese Mission hier ist so scheiße schwer. Da kann ich verstehen, warum er Ragequitt gemacht hat. Warum er Ragequittet. Hallo, mach dich bereit. Vielleicht sollten wir hier nicht ganz so schnell durchfliegen. Wir brauchen aber Tempo. Alter, das schaffen wir nicht. Das kannst du knicken. Die Uhr ist abgelaufen. Okay, wir müssen, wir dürfen nicht langsam fliegen. Oh, das ist ein schöner Ladebettjump. Jetzt ist er nicht mehr schön. Ich verstehe, warum man hier Ragequittet. So, wer darf hier nicht allzu langsam durch. Denn man bekommt pro Checkpoint nur 5 Sekunden. Ich kann gar nicht hinsehen. Ich kann gar nicht hinsehen. Yo! Oh! Warum habe ich diese Mission gestartet, ey? Gibt es da irgendeinen Trick? Wir haben 47 Aufträge abgeschlossen. Nein! Windows-Taste. Wenn sie einen Baum trifft, ist sie Geschichte. Nein, ich habe den Checkpoint nicht. Scheiße. Da fährt wieder nichts. Das war echt verdammt knapp. Oh nein, ihre Zeit ist abgelaufen. Das ist aber ein schöner Ladebettjump. Deswegen mach ich das nochmal. Ich pflege die Herde, ich gönne sie aus. Jacob zieht. Vielleicht müssen wir den Kurven abbremsen. Ich kann gar nicht hinsehen. Das stimmt. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, Germany, hörst du das nicht? Steht doch im Titel. Ich hoffe nicht, dass die Musik immer hat. Wenn sie einen Baum trifft, ist sie Geschichte. Oh, wir sind weiter. Wir haben es weiter geschafft. Das war echt verdammt knapp. Aber die Musik ist geil und sie hat keine GEMA, weil das selbst geschrieben wurde. Als ob hier so ein Sekten... Ach so, hier waren wir schon unter der Brücke. Oh nein! Starte wieder! Oh, komm, leck mich doch! Wir haben es so weit geschafft und dann der Scheiß an der Brücke! Ich breche ins Essen! Oh! 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 Und jetzt... Oh, wieder von Anfang! Ich kotze ab, ey! Ganz ehrlich! Wir warten jede Menge Bäume! Der kleinste Fehler wäre tödlich! defelsche Gray! Take him higher, and the dangerian who breathes! He should take time, save it time again! Nein! So, jetzt dürfen wir ja nicht mal abbrechen, sonst schaffe ich das nicht. Ich kann dem Lied gar nicht zuhören, weil ich mich konzentrieren muss. Ja, dann guck nicht hin, aber lass mal das Ding in die Kommentare, ich gebe mir lieber mehr Zeit pro Checkpoint. Nein! Das wird nichts, die Zeit ist zu knapp bemessen jetzt. Wenn sie einen Baum trifft, ist sie Geschichte. Oh nein, jetzt sagt man nicht da durch. Nein, 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 nein! Es ist... Es ist doch zum Kotzen! Oh, ey, diese Scheiß-Mission hier, ey. Die kostet einen jetzt Kopf und Krage, hätte ich bloß nicht angefangen. Ich wollte schon vor einer halben Stunde Feierabend machen. Oh, kein Wunder, dass man hier Rage quittet. Ich schneide das raus und in der Zeit halt kurz vom Rage quitt. Äh, ist auch so. Wenn man das dann nicht schafft, mache ich den Rage. Mit den alten Vion fertig hat sich das. Ich weiß gar nicht, ob er mich versteht bei der Musik. Ich kann gar nicht hinsehen. Dann guckt mich hin. 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 Dann guckt mich immer drin. Ich kann gar nicht hinsehen. Dann guckt mich hin. Nein! Oh Mann, ey, das ist doch ne Scheiß-Mission, wer denkt sich sowas aus? Und ich glaube, wir waren schon kurz vorm Ende. Oh, ey, so ne Scheiße. Wir warten jede Menge Bäume. Der kleinste Fehler wäre tödlich. Wir warten jetzt wieder. Das Brink-E-Krubble, Grim Reaper in the wind. Grim Reaper. Das Brink-E-Krubble, Grim Reaper. Ich kann ihn gar nicht sehen. Das Brink-E-Krubble, Grim Reaper. Alter, kommt gar kein Mündungsfeuer aus der Waffe. Das war echt verdammt knapp. Es wird ja auch keine Verschnaufpause gegönnt, ne? Warum sagt er immer, wenn sie einen Baum trifft? Wer ist sie-Geschichte? Wer ist sie? Ich bin ich. Nein! Nein! Sie fliegt im Skalde wieder aufatmen. Geschafft! Jetzt mach ich sechs Kreuze, ey. Ballen und beten. Ballen und...